Ihren Abgaswerten? Doch! Natürlich! Ja und die Japaner-Mahnen schon seit 25 Jahren soll. Naja und? Sie machen es doch nicht besser. Ich fahre einen großen Mercedes, einen gelben. Einen großen gelben? Post-Auto oder was? Du weißt schon, dass Mercedes mehr als 40 Jahre schon Autos produziert? Nein, da steht BVG vorne dran. BVB? Bist du schon mal falsch? Alter, rieb ich so unter dich BVG wie Gustav. Meine Fresse, nimm doch mal die Tabette aus dem Mund. BVP? Ruhig. Jöne Prothese will der haben, der Kollege. Und da pullen wir noch mehr. Okay. Ah, ah. Geht's euch gut, Jungs? Jojo. Jaja, mir geht's gut. Matze, ich stelle mir was beim nächsten Boss machen muss. Was? Nicht gleich hören. Denken? Okay. Das klingt einfach. Oder was willst du, was willst du wissen? Äh, der Typ, der den Boss tanken muss einfach nur da stehen und den tanken, oder? Jo. Gut. Äh, nein, du musst nicht nur tanken, du musst auch immer eine aktive, äh, Mitigation oben haben, wenn du halt, wenn er eben seinen Rüstungs zerreißen macht. Aber das ist auch dein ganz normaler Schild der Rechtsstaat mit drei Punkte Angriff. Gut so. Das ist automatisch fertig. Ähm, Leute. Wir haben leider trotzdem... Das ist ein bisschen viel bei der Pult. Watt denn? Ach, ein bisschen sehr viel. Okay, wie der Kultons verpasst. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Ich weiß doch ernst genau, dass er dich Welt macht. Leider weiß er das, ja? Ja. Liviosaaaa. Mehr stöhnen. Mehr stöhnen. Das heißt, ich denke den einfach mal in der normalen, das ist ja voll is... Ach so, du wärst ja ein super Pornoproduzent. Mehr stöhnen. Mehr in die Stimme. Hahaha. Vibliosaaaa. Jawoll, du lässt doch ein bisschen mehr Buzz. Lass uns mal bitte kurz warten. Der eine Scham jetzt wird rauchen. Was ist der? Rauchen? Draußen. Ach, draußen. Rauchen. Wahrscheinlich draußen. Draußen. Draußen rauchen, mein Gott. Ist doch nun auch völlig jacke wie Bockwurst. Fockwurst Ne Wittchen Genau, es hört auf zu kiffen, so gut ist das nicht Ich sollte mal anfangen Oh, Scheiße! Wisst ihr, was ich vergessen habe, Rombo? Ich habe die letzten zwei Boss-Fights ohne in meine Rune gespielt und die habe ich mitgescapt Ohhhhh Und ich frag mich, warum das alles so bei 36k steht Eieiei Überleg gerade, ob ich vielleicht doch den Überfluss Ich nehm den Abfluss mit Komm, ich nehm den Abfluss mit, da muss ich nicht dran denken Ja Was hat denn hier die Locke? Was hat denn hier die Locke? Hä? Ja, Rombo und Kaisha, danach ist der Boss weg Ja, ich will Kaisha halt hier oben lassen, weil wir nicht so viele Rain-Steadiers haben Wieso? Wir haben die zwei Mages und die kriegen das gebacken Okay, wenn du sagst, dass wir das gebacken kriegen Zwei Mages und wir haben ein Elemental, das reicht Gut, wenn du das sagst, dann machen wir das so Wir haben sogar zwei Elementals und zwei Mages, das reicht fünfmal Äh Ich schick einfach die beiden Priester jeweils runter Wenn der eine Priester noch in die Gruppe will Danke Okay Geht So, warte mal Ja, das ist bei mir auch relativ weit oben, von daher Jo Ich bin, ich bin auf Stephans Augenhöhe und ich spiel die ganze Zeit ohne, ohne hier, ohne Das hast du schön gesagt, relativ, das ist wie eigentlich Üblich Ey, gut, sag mal Das heißt, du denkst, du kannst was, aber du kannst nichts Ey, ich denke halt nicht dran Quasi Ich brauch noch andere Hände rum, wo unten einen anderen Stab, aber den Stab bin ich am Farm Ja, ich weiß Du hast dann zwei Rechte anstatt zwei Linke Ne, ne, darum geht's nicht, er guckt grad meinen Moki an Ey, Ques, ein hübscher Rücken kann auch entzücken, ne? Ein wohlgeformter Bauch tut's auch Das stimmt übrigens gar nicht, ich bin grad am Futtern und will, dass du meins anguckst So Guck dir erstmal meins an Warte mal, der Gürtel, warte mal, der Gürtel gefällt mir nicht so auf den ersten Blick Ich würde den so warten Ja, aber der, der bringt so extremst viel Braun in deinen, du hast ja nur in den Armen viel Braun Ja, das stimmt Ah Ja Ich würd, ich würd, ich würd, ich würd einen anderen Gürtel nehmen Hm Ich würd, ich würd einen braun-silbernen nehmen Hm, da guck ich mal rein Äh, ansonsten geht's, wobei ich halt kein Fan von den Schultern bin, das sind ja die Schultern aus, aus BRF, ne? Mhm, aber ich find die eigentlich gar nicht mal schlecht Sie sind, sie sind nice vom Style her, schon für sich stehend, aber ich weiß nicht, das ist irgendwie Ja, passt auch gut mit dem Titel zusammen Es gibt, es gibt schönere, sagen wir's mal so Ja Und mein Moxet findest du immer noch abstoßend, kann ich verstehen Ja, wat? Warte mal, ich muss gucken, ob du immer diese komischen Goldtöne gemixt hast Hm Hm Es ist okay, aber Ich bin schon da Ja Ich find, ich find die Brust passt halt überhaupt nicht zu den Schultern, also Ich hab ja immer noch keine anderen Schultern gekriegt Ja Ja Ja, also die Brust passt echt Betrachten wir gra- grade... Moxet Ja, wir gucken uns grade Steffens Brüste an Der andere Tank ist immer noch auf dem Klo Wir gucken uns grade Steffens Brüste an Möcke Die sind voll firm und behaart Oh Gott, ist das Alter Wenn man in diesen Kopf reinguckt, ja Danke für dieses schreckliche Kopfkino grade Hm Ich denk doch immer an dich Ja, du bist ein Arsch Aber ein netter Aber ein Arsch Aber ein netter Arsch Aber ein netter Arsch Jetzt über- überleg mal ja Was für ein Arsch machen würdest Ja, du könntest nicht mehr kacken und so'n Scheiß Das würdest ich in dir anstaunen Und aus Scheiß explodieren, man Wie kacke wär das denn? Wow Leidest du grade, Rombo? Uh Ein bisschen Ein bisschen Ein bisschen Ah Kinder, Kinder Bin grade so hin und her gerissen Sieht man dir gar nicht an Ach nee, ich spiel doch Frost hier Ich glaub Frost ist hier effektiver Ist halt, bis hier nicht mehr so kalt ist? Ja, ja, weißt du Ich hab da jetzt ein typischer Höllenfeuer in mir Oh Kai, schaffst du was zu futtern dabei? Ja, was möchtest du haben? Lockerpult, oh mein Gott, Lockerpult Einen Tisch Ich mach nochmal einen Railcheck Mal gucken, ob er messen Das ist wichtig Herrgott Das hat mir jetzt leichten Schrie eingejagt Er hat gesagt, er will nochmal ein Ei legen gehen Also es könnte im Moment dauern Oh Oh Na so lange er nicht Knochen rausdrücken will Ja, dann sollen sie jetzt schneller drücken Unser Parler hier geht nach dem Kampf kurz weg Wieso? Weil ich das sage Ich muss so ganz kurz auf gar Willst du auch kacken gehen? Pina Vielleicht, man weiß es nicht Pina Pina Ja Oh 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 Junge wieder da Was zum Henker ist das denn? Ne Wippe Nää Wo hast du den denn her? Dunkelmond, ja Mark Kannst du für 80 Dunkelmond Lose, glaub ich, kaufen Das stimmt gar nicht Hm? Ich hab mich 80 Ich bin doch egal Let's Fetz sprach der Frosch und sprang in den Mixer Ja der andere Tank ist noch weg Die Fliege, die in den Wand die Ventilator sprang, Herrgott Hm? Let's Fetz sprach die Fliege und flog in den Ventilator Taki 2 geht noch, Taki 2 geht noch Let's Fetz sprach der Frosch und sprang in den Mixer Ich kenn's von denen, jetzt geht's rund sprach der Hund Will ich auch mal rippen Sehr gut Guten Tag Geil Der Aker ist gelandet Der Aker ist gelandet Krasse Krasse Ripp-Action Geil, alle da, wuhu BBM Verdammt, wie kommt man hier wieder runter? Egal Nie wieder Quess ist wegen der Wippe schon mal gestorben Ich hab ja was anderes Komm mit hier Warum hat der Boss Spaß mit? Sehr gut Also, nur so ne Frage Achso, man könnte ja mal sowas machen Soll ich jetzt bei Blau tanken oder wie? Nöö Oder beim Boss? Einfach in der Mitte Die fallen ja eh direkt um Oh, ich hab kein Head raus Ich hab kein Head raus Ich hab kein Head raus Ja, du standst halt mit dem, mit dem Scheiß Pfeil Du hast auch die Scheiß drauf Nein, du hast drei Stacks von äh Dem Scheiß auf hier Ich hab mein Schilder gebraucht Visionen Ruf gepasst Hast du nicht gehabt? Kaisa hat ein Bein Kaisa in die Mitte Und irgendjemand noch dazu Bitte jetzt Oder auch nicht Okay? Oder auch nicht? Oder? Da Ich bin nicht reingekommen Ich bin nicht reingekommen Alles klar, dann seht die Konstellation noch mal gleich Okay, jetzt hast du's auch abgehabt Aber halt davor Das ist nicht ab Das ist ja nicht 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 Ich weiß auch nicht Ich seh's mal, gehe ich mal dran Weißt du was? Ja, ich bin nicht reingekommen Ich hab's irgendwie Bin mit die Fingernägel Ich bin so fett Ich hab's immer noch seine Vielseitigkeit gebracht Was? Vielseitigkeit? Oh, warte 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 Was? Vielseitigkeit? Was? Das ist ja auch Was? 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 Ich bin in der Mitte. Nee, gib mal einer nach hinten, ja. Ja, ja, sind, sind. Das geht? Wie ist es? Jetzt sind, jetzt ist einer zu viel gewesen, aber sag's keiner. Jetzt ist natürlich auch nach hinten gewesen. Keine Ahnung. Ja, ich war ja auch zweite Gruppe. Ja, zwei Heiler, wie geil ist das denn? Ah, ich hab gesagt, ich bin dritten. Es wird nicht zuhören. Das ist ja mal lustig. Ja, zuhören. Außen. Mindestens könnte man Rumbo jetzt dafür flamen, wenn er nicht mit vollem Stacks hochkommt. Genau. Ach, schau, wir haben zwei verwandelte. Ja, okay. So, ich zieh mal Kaya einfach. Ja, ich komm jetzt hoch. Wow. Weil wir's können. Ja. What the? Oh. Ja, das Blut kommt durch. Das... Gut. Okay, jetzt das Ganze nochmal. Warum genau? Ach, hier, Visionen, schnell rein. Los. Ja, 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 ja. Wo, wo, wo? Warum befand mich das nicht? Haha. Na komm, ich haus schnell weg. So. Bis spät. Spät. So, hier, los in die Visionen. Ah, verdammt. Warum genau sind wir jetzt geript? Weil zwei Heiler unten waren und die Flops durchgekommen sind. Und ein Add durchgekommen ist und jetzt zwei Adds haben. Weil ich gekickt wurde. Ganz viele Gründe. Eigentlich alles wurde falsch gemacht. Mhm. Und woher kommt das? Woher kommt das? Woher kommt das genau? Weil wir jetzt das erste Mal Ruhe hatten. Wow. Okay. Das stimmt sogar. Wir hatten das erste Mal einen ruhigen Bossfight. Ich muss das ändern. Ja. Ja. Das geht immer wieder alles gar nicht. Das muss jetzt mal ganz schlecht hier. Also. Ruhige Bossfights. Nee. Das geht gar nicht. Das wirst du doch, Rommo. Kann ich mich ja nicht konzentrieren, wenn's hier so ruhig ist. Das ist Konditionierung. Wie ist das, Rommo? Äh. Wohin porten? Blut. Auf des Blutes. Mittlere Portstation nehmen. Viva la Menstruation. Nice. Aber gern doch. Ich will das mal rein. Ist los? Nein, nein. Immer noch ruhig. Geht's doch nicht. Kriegen wir den Bosskampf nicht durch. Ja, muss ich auf den Bosskampf vorbereiten. Mental. Und vaginal. Du Sau. Ja, du hast dein Geheimnis erkannt. Vaginale Vorbereitung auf den Bossfight? Das ist halt meine Tippfrequenz. Das erhöht was? Deine Tittenfrequenz? Haben wir nochmal einen Tisch? Ach ja. Möpfe. Nein, Tippfrequenz. Ach Tipp? Achso. Der spielt einen Finger. Der spielt nur einen Finger Charaktere. Hat dir niemand Tische mit? Kaija. Hör auf. Hör auf. Schiebt sich erstmal real life buffhut. Und Vielseitigkeit jetzt Kaija. Habt ihr doch x mal bekommen. Du musst auch mal in der Nähe sein, wenn ich buffe. Jetzt hab ich's. Du solltest halt erst dann buffen, wenn alle hier sind. Und dann hab ich nochmal gebufft wegen dir. Damit du auch die Mühe bekommst. Hör auf. Das war so gut. Ich werde dich erstmal ziehen, wenn du hier vorbeikommst. Kina, komm in meine Arme. Hii. Ich mach nochmal einen Mark für den Herzsucher. aus prinzip cool ich will wippen wer kommt auf die andere seite ich komm lol das ist volles ungleichmäßiges verhältnis ich weiß nicht wie das funktioniert warte kai ich überlasse es dir das ist der das ist deine gewichtsklasse das mache ich wirklich im leben auch immer wenn ich am spielplatz bin mit den kindern mit tauren und mit einem sexy unterbiss auf rippen steigen let's let's bett alles klar hey komm schon guck mal rum hast du mein mob hier gesehen nee voll sexistisch string tanga taure mit string tanga das ok wenn sie das mag ich war aber in sehr sehr vorsichtig wenn sie es mag ich komm schon das gehört schon selbst ich kann nichts dafür ja das ist ja gut ja das war eine halbe sekunde oder weniger vorbeifahren Gehen wir nach hinten. Alle aufs Blut. Sehr schön. Ah, mach nichts, den töten wir. So, wir alle jetzt, 20 Sekunden. Vision. Bin in der Nähe. Soll ich in die Mitte oder hin? Nein, bleib er schon mal da. Nein, ich frag nur, soll ich mich da in die Mitte stellen? Ja, in die Mitte. Der Heiler nach außen aus. Der Heiler muss nach hinten finden. So, und jetzt. Vision. Und, bitte. Ein Heiler? Keinen Heiler? Jetzt haben wir keinen Heiler, aber 3 DDs, das ist doch auch eine Sache. Ja, so fahre ich mit runter. Das Blut kommt gleich durch. Passt ein bisschen auf. Da kommt noch ein Luft. Please locket hier. Add. Please, geht weg von den Viechern dann immer nur. Von dem großen. Schickt. Ich würd dir das Add marken, aber ich kanns nicht marken. Komm, ist da noch eins. Ja. Weil das nicht getötet wurde. Weil die ganzen Leute rechts stehen. Und links jetzt 3 stehen. Das ist zu wenig. So, seid ihr wieder um? Wir kommen hoch, wir kommen hoch. Seid ihr alle wieder um? Ja. 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 Blut ist da. Blut. Habt ihr volle Stacks eigentlich? Ja, ja. Ich hab 18. Ich hab 20. Boah, 10 Millionen gespeichert. Hehehe. Weg kommt der Blut. Ey, hilf mich. Ey, hilf mich. Ich hab ne. Ich hab immer noch ein Aggro. Wie ist das? Der würde einfach viel mehr Schaden machen. Heilung bitte, Heilung bitte. Ja. 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 Links Add. Nun. Entschuldigung. Versuch's. Versuch's. Dietlich. Loot! 20 und hoch. Okay, ersten Block runter, oder? Oder? Zum Prozent? Lass, 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 lass. Mal bitte aus der Mitte raus, ne? Keinen Spaß lasst ihr mir. Das sind Schweine, ne? Du kommst rüber, du kommst rüber. Vorne, Link kommt in den Ad. Mit viel Life. Hier vorne ist noch einer. Links kommt noch einer. Blut ist bald drauf. Blut kommt durch. Oh, kein Stress. Was ist vorher tot? So, wir haben einen Stab. Oh, schicke Stabby. Oh, ich bin mal kurz aufgraft. Paladin-Pieser-Mensch. Das, äh, Highlight Trinket braucht keiner von euch, oder? Highlight Trinket braucht keiner von euch, oder? Ich muss vielleicht für Diggs mitnehmen. Für Second. Second ist 50. Okay. Kann ich auch mitrollen, obwohl es nicht für mein Ding ist? Nein. Second ist 50. Ja, ja, ja. Wenn du es für dein Ding als Piercing benutzen willst... Okay, du hast einen 25er Stagger drin. Äh, Morrell? Steven? Ja? Ich anwarte ich gleich. Ich logge um aufm Priester, und bin dann, wenn du mich eingeladen hast, kurz mal aufgar. Ja? Auch irgendwas zum Trinken. Hm. So, das Highlight Trinket braucht keiner von dem anderen Priester. Ah? Wie bitte? Hä? Ja, mach ruhig. Klasse Schuhe. Crit Mastery. Nette Dinger. Ähm. Hm. Wie bitte? Wir stehen hier einfach so rum. Ja, ne. Tun so, als wüssten wir nicht, wo's langgeht. Fünfmal. Na... Danke. Ach, Rombo, stellst du mir denn nochmal 20 Inputions? Deine Mutter. Ja, die kann das nicht, die spielt das nicht. Ja, langsam geht mir ne Vorräte zu. Kurz, After. Hier ist kein Tank da, oder? Okay, hier ist kein Tank da, okay. Wir kommen jetzt gerade erst beide. Hat der mal hier, der Bastard? Hallo? Der mag dich nicht. Ja, kann ich verstehen. Gut auf Gegenseitigkeit. Nur, ich mag ihn, dass ein netter Kerl. Das ist still recharging. Leimer. Ja, der hat das für mich gedroppt, siehst du? Schleim hilft. Ja, es ist ein grünes Schwert, ja. Ein grünes Schwert, Mann. Bist du neidisch, gell? Ja. Ah, total. Sieht sogar ziemlich cool aus. Das grüne Schwert. Auch grünes Schwert. Das ist ein wenig. Ich muss mich näher kommen. Bis gleich. Also, ich würde ja rausgehen aus der grünen Suppe, aber... ... aber Duino. Ich finde 6 Decks sind schon solide. Ja. Okay, klar. Respekt auf jeden Fall. So, alles gut. Ich bräuchte eine Erklärung bei dem Blutschatten. Blutschatten. Jo, können wir gleich machen. Rombolino ist nicht da. Ja, natürlich bin ich da. Warum? Morell ist nicht da. Morell ist nicht da, das ist ein Problem. Ticker, ja. Komm, warum? Was? Okay. Das hätten wir. Ja. Okay, reingezogen. Yay! Oh lolololololol. Na, was macht ihr da unten Hübsches? Kaputt machen! Wir spielen mit den Mops. Scha- Unnfuuug. Äh, oh. Großen Unfug. Ja, sehe ich. Ha, ha, Blackstacks. Ja, läuft. Scheiße. Bim, F15. Aua. Das macht sich nicht so gut, wenn man in der Wolke hochgekickt wird. Echt nicht. Ach, die sind doch jetzt rot. Äh, scheiße, ne? Hey, Robbo, was musst du hier hinten? Ach, ich chillen, ein bisschen. In charge hätte ich mir sparen können. Reinst du? Mhm. Okay, habe ich Crossfit gleich resetet? Ach, ich lang nicht. Ich kann nicht den, ich konnte es noch schnell verratilen. Das spell ist nicht fino, aber... Ich kann nicht den, ich konnte es noch nicht verratilen. Ich kann nicht den, ich vermösel noch nicht. Das ist noch immer noch vollrischt. Das spell ist nicht hin. Ich kann nicht den, ich kann es noch nicht verratilen. Ich muss nicht rechnen, wir hätten doch jetzt eh nicht rechnen können. Ja, Bibi. Dankeschön.